Hallo Lena! Wo sind wir hier gerade? Miami Beach! Und gefällt es dir? Natürlich! Wir sind in Florida, USA, Miami Beach. Und das sollte das größte Handtuch der Welt sein. Wie ihr hier seht, geht es von da bis da. Und wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen rum um euch das zu zeigen. Hier sind ganz viele hübsche Mädels. Und lasst uns das einfach mal von außen betrachten. Es ist super cool. Ich gehe einfach mal hier eine Runde rum. Wie ihr wisst, sind die Videos hier im Schwabbel. Wir drängen hier einfach mal ein bisschen rum. Es ist super cool. Hier können wir natürlich auch ein paar Pöpöchen erwischen. Einige leben immer noch fünf Jahre zurück und tragen die Hosen super tief. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Mädels, die tragen so 60er, 70er Jahre Bikinis, was super cool ist. Und ja, Musik, nette Couchsirfer, was will man mehr. Lena sieht gerade da so alleine aus. Das ist eine Deutsche, die gerade mit mir auf derselben Couch, also nicht auf derselben Couch, aber dieselbe Couch, also dasselbe zu Hause shared. Und ja, ganz nett. Ja, sie wird das Video sehen von daher, sage ich da lieber immer nicht mehr. Jawohl, einen tollen, einen tollen Artist. Und jetzt zeig ich mal die nächsten 30 Sekunden. Und ich gebe euch ein Bild. Erstmal von dem Strand. Jetzt der Organizer. Das war der Organizer von dem Strand hier. Und das ist Miami Beach. Was soll man dazu mehr sagen? Hier die Leute. Und jetzt zeig ich mal die nächsten 30 und nix. Und genießen wir die Musik. Hey Mama. 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 Now that you might need an umbrella. Got to get yourself and out of rain. I bet you now. Ich gebe nochmal einen ganz kurzen Shoot-off für mich, wie ich denn heute aussehe. Furchtbar! Hey Mama. 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 Jetzt geht mal mit. Zurück zu der Lena. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Nochmal die letzten Worte zu der Welt. Ich habe leider nichts mit zu sagen. Okay. Das war's von Miami Beach. Den größten Handtuch der Welt. Und einen tollen Couchsurfing Event. In Miami Beach. Wup wup. Alles klar Leute. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschödelü. Und ciao.